Hallo, ich zeige euch noch eine Variante der Bauchnage. Gerade für Kinder, die es nächster Gerne leben, den Fett ist manchmal noch ganz schwer, ja, 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 bin die zu laut, noch ganz schwer, den Körper überhaupt schon so vorne so hoch zu heben. Und da kann man ihnen das so ein bisschen erleichtern, indem man einfach eine kleine Handtübrolle hinlegt. Errö, gleich kannst du mit mir reden. Ja, Johanna, gleich kannst du das. Guck mal. So, liebst du da? Ich kann mich da auch hinlegen. Und dann können wir nämlich sprechen. Hallo. Oh, wie fein du das schon machst. Ja, hallo. Guten Tag. Guten Tag, Johanna. Ja, man sieht jetzt schön, dass der Stütz möglich so sein sollte, dass die Älgungen ganz klein bisschen, ja, warte mal, vor den Schultern sind, dass sie so ein bisschen richtig stützt. Ja, dann stützt sie so aktiv aus ihrer Muskulatur heraus. Genau, jetzt hast du ihn. Oh, das ist anstrengend. Ey, du bist toll. Älg, älg, älg. Ja, super machst du das. Ja, das macht Spaß. Ja, das macht Spaß. Uh, super. Also ihr seht, das macht auch noch Spaß. Und man ist so schön im Dialog mit dem Kind. Legt euch selber ruhig mal auf den Bauch. Das tut nämlich auch sehr gut und entlastet auch mal euren Rücken. Und dann, wenn du das mal wiederholst. 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 Und dann, wenn du das mal wiederholst.